Hallo, hier ist der Georg von Avataris und ich bin hier auf der wunderschönen Insel Teneriffa, mitten in der Natur und habe meine Stimmgabel dabei. Heute habe ich den Ohmton bei mir. Der Ohmton ist der Jahresumlaufton. Also die Erde macht ihre Runde um die Sonne in 365 Tagen und nach einer bestimmten Rechenart kommt man auf die Frequenz von 136,1, der Ohmton. Der Ohmton ist wunderbar, um sich zu zentrieren, um in seine Mitte zu kommen. Man kann die Gabel jetzt anschwingen und mal an die Ohren halten und kann sich so verbinden mit diesem Klang, mit diesem uralten Klang, den die Inder seit Jahrtausenden singen und mit dem wir uns in der Klangtherapie wunderbar zentrieren können, erden können, das Herzchakra behandeln können und uns so in die Mitte bringen können, so im Einklang sein können. Wenn wir im Einklang sind, dann geht es uns gut, dann sind wir in unserer Kraft. Das Schöne an der Stimmgabel ist natürlich, man kann den Ton nicht nur hören, sondern auch fühlen. Nämlich, indem ich die Gabel anklinge und dann irgendwo aufsetze. Zum Beispiel auf das Herzchakra. Dann spüre ich die Vibration, ich spüre, wie der Klang, wie die Vibration mich beruhigt, wenn ich so in meine Mitte komme. Ich mache es nochmal. Und ich kann die Gabel überall sonst auf dem Körper aufsetzen, auf Knochen, auf Gelenken, auf Organen, auf Akupunkturpunkten, auf Meridianen, überall, wo ich möchte, dass die Energie sich harmonisiert und transformiert. Soviel für heute zur Umgabe. Ich wünsche euch alles Gute und wünsche euch vor allen Dingen immer eine gute Stimmung. Bis bald.